Hallo und herzlich willkommen zurück bei Flontmischen. Und... Mach ihn fertig! Tschüss. Ja, Case, kommst du soweit? Perfekt. Mach ihn fertig, Case. Perfekt. Genau das wollte ich. Ich mach mir wirklich Sorgen wegen dem anderen Gänger dort. Ach, dumm. Ich dachte, ich könnte ihn normal angreifen. Wer hat eigentlich alles noch Raketen? Kann ich eigentlich noch mal den Status abrufen? Äh, nein. Ah, so, genau. Maschinen-Status. Äh, Ausrüstung? Ah, gut. Er kann noch einmal angreifen. Ausrüstung. Kann auch noch einmal mit Raketen... Na, Quatsch. Paul, kannst du noch angreifen? Ja, kann auch noch. Kann auch noch, das ist gut. Ach, dumm. Warum lande ich eigentlich immer bei dir? Ach so. Äh, dumm. Frederik. Ich hatte die ganze Zeit nur ihn. Hey, da haben ja wirklich noch einige ein paar Raketen auf Lager. Jan, hast du auch noch welche? Ja, hat auch noch. Wenn ich das jetzt richtig deute. Perfekt. Hat auch noch, super. Hast du noch welche? Nein. Er hat keine mehr. Okay. Nee, du brauchst noch kein Objekt. Ende. Hans, hast du noch welche? Nein. Gut. Stell ich dich dann hinten nach vorne. Hast du irgendwie ein Objekt? Ja, für die Beine vielleicht. So. Gregorio, hast du noch welche? Nein. Gut. Gut. Stell ich dich auch nach vorne. Nein. Dorthin, genau. So. Ende. JJ hat ja noch einen. Gut. Im nächsten... So. In der nächsten Runde kann ich dann die... Äh, die... Wieder zusammensetzen. Ach, komm, Ende. So. Na, geht doch. Jetzt hab ich mir jetzt irgendwie gedacht, dass die da mit Raketen entkommen. Ach, jemals. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich mit denen da oben ein bisschen Chaos stimme. Also mit denen von der Brücke, damit die da unten hinkommen und da von dort aus angreifen können. Ah, das ist eine Spinne, macht mir immer noch Sorgen, deswegen brauche ich unbedingt die Leute, die noch Raketen haben. So. So. Roy, du hast ja keine Raketen mehr. Nein. Ich packe jetzt hier hin. Verwendest nochmal ein Objekt für den Arm rechts. Das war Karte, du hast auch keine mehr, ne? Nein, das hab ich mir gedacht. Für die Beine. Natalie, du hast auch keine mehr, ne? Nein. Gut. Also packe ich dich hier hin. Case, du hast auch keine mehr, ne? Doch, du hast doch eine. Perfekt. Dich packe ich hier hin. So. Item verwenden. Bisschen wieder auffrischen. Item verwenden. Wie ihr seht, ich kann sie, ich kann ihn wieder herstellen, die Beine. Sie sind wieder hergestellt. Deswegen kann ich sie jetzt auch wieder heilen. Hat er eigentlich noch Raketen? Hab ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Nein, hat nicht mehr. Gut. Wäre auch zu schön gewesen. So. Dich lass ich mal da stehen. Ich würde gerne dorthin gehen, aber ich hätte Schiss vor dem hier. Oder mache ich es vielleicht doch? Hm. Ach, verdammt. Ich muss nochmal kurz Pause machen. Verzeihung. Okay, verzeihung. So. So. Paul, auf jeden Fall. Wenn ich welche vorschicken würde, dann auf jeden Fall nicht die. Komm. Attacke? Perfekt. Angriff auf den hier. So. Gehe ich jetzt mal ein bisschen in den Angriff über. Ist ja auch noch voll aufgefrischt. Der muss weg. Gehe ich jetzt einfach mal als Offensiv rein. Friedrich hat auch noch Raketen. Angriff. Attacke. Ihn. Los geht's. Goldias. Los geht's. Ah gut, der wird schon gut angedellt. Der hält nicht mehr lange durch. Der muss weg. Paul hat leider keine Raketen mehr. Erstmal alle, die Raketen haben, nach vorne schicken. Ach, verdammt. Na schön, Hans, schicke ich dich da hin. Hexerfeier. Los, Attacke. Hans, schicke ich hier hin. Der greift den dort an. Hexerfeier. Los geht's. Raus mit den Kugeln. Und ab in den Körper. Oder auch so. Und... Na gut, die schicken wir dorthin. Jetzt sind die Gegner dran. Ein Schwand übel ist wegen dem Gänger. Das kann's uns nicht mehr angreifen. Ha! Okay. Willst du uns angreifen? Ich greif dich jetzt an. Attacke. Tschüss. Level up für Sakata. Das seh ich gerne. Und bam. Ah gut, der scheint, ähm, als hätte er keine Lust, etwas in dieser Runde zu machen. Das ist gut. Am liebsten hätte ich jetzt echt Lust, den Frontal Metroid anzugreifen. Sakata könnte es. Erstmal gucken, wer hat noch Raketen. Okay, du hast noch Raketen. Auf und drauf. Und alle daneben. Hooray. So, aber ich seh schon, ich muss jetzt einen Schnitt machen. Bis zum nächsten Spot von Front Mission. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.